Und damit willkommen also meine lieben Freunde der Racing League Esports hier zum ersten Hot Lab Video in der USA. Am Sonntag ist es wieder so weit. Da werden vier gleich starke Ligen gegeneinander antreten und auf dieser Strecke wirklich alles aus ihren Autos rausholen. Jetzt sind wir auch hier auf der Hot Lab unterwegs und da ist es schon besonders wichtig in der ersten Kurve viel, viel, viel Schwung mitzunehmen. Denn direkt in Turn 1 werden wir sicherlich ganz, ganz viele Überholmöglichkeiten sehen. Denn auch da ist die Strecke relativ breit und der Bremspunkt allerdings relativ schwierig zu treffen. Und dann geht es aber auch gleich weiter. Ausgeruht werden kann sich hier nicht, denn hier geht es auf diesen Berghoch- und Bergabkurven hinzu. Diese Links-Rechts-Links-Passagen extrem schwierig zu nehmen. Da brauchst du einen extrem guten Flow auf dieser Strecke, um da auf jeden Fall keine Zeit zu verlieren. Auch hier ist es ziemlich tricky mit der Traktion. Da verlierst du schnell mal das Heck bzw. kommst zu weit über den Körper. Auch dann ist die Runde ungültig. Und dann geht es auf die H-Nadel zu. Hier ein kleines bisschen der Verbremser da gewesen mit DRS. Natürlich hier fast bis zu 360 kmh. Also hier ist auch mit DRS zu überholen. Und da hat dann vorne man eigentlich relativ wenig Chance. Und da hast du deutlich einen Überschuss. Also wird es hier viele, viele Überholmanöver geben. Und dann geht es auf den dritten Sektor zu. Der dritte Sektor auch hier wieder schwierig mit der Traktion. Hier muss man ein bisschen mit dem Gas spielen. Die Bremse ein bisschen lupfen. Da ist das alles relativ schwammig, sage ich mal, was die Traktion angeht. Und die letzten Kurvenabschnitte, die sind dann wieder mit fast Vollgas zu fahren. Allerdings mit sehr viel Gefühl. Denn sonst verlierst du das Auto auch hier wieder ganz schnell. Und dann geht es schon wieder zurück auf die Start- und Zielgerade. Das war eine Runde hier in den USA. Ich freue mich, euch am Sonntag hier live um 20 Uhr zu sehen. Und wünsche euch da ganz viel Spaß. Und wir sehen uns. Bis dahin. Keep Racing. Euer Racing League Team. Macht's gut. Ciao.